So, jetzt waren wir bei der letzten Folge hier angelangt, weil ich habe verdammt überzogen. Das wollte ich nicht. Ja. Klar, habe ich rechte. Wir sammeln die. Die sind bestimmt viel wert. Der Opa, der ist geil. Mit dir will ich reden. Oh, König der Medaillen. Okay. Ja, klar, wenn du mir was dafür gibst. Ja, ist ja gut. Lleg du dich wieder hin, alter Mann. Ich plündere mal hier. Ah, 28 dafür. Eine schicke Wester. Stab des Gotteszones. Goldklumpen. Wunderschwert. Alter Schwerte, dafür sollen wir... Okay. Okay, ich frage nicht. Ein Goldring und eine Blei und eine Waffe. Ring des Erwachens. Okay. Schon mal gut zu wissen. Furt. Oh, Töpfe. Hier ist eine Medaille drin. Warum haben die da nie nachgesucht? Guten Tag. Ach, 28 Stück. Okay. Hat sie die jetzt behalten hier oder so? Okay, sind bei mir nicht drin. Das heißt, sie hat sie behalten. Alles klar, tschüss. Willkommen beim nächsten Mal wieder. Wenn wir... Weiß ich nicht, wo waren. Geronimo zum Schäufer. Dach mit... Ah. Halsschleime. Okay, jetzt können wir gleich den neuen... Die neue Sache ausprobieren. Machen wir ein Küsten. Was machen wir? Zauber gehen? Und zwar die Schleime. Damit die die nicht halten können. Ähm. Die... Okay. Oh, Steppenwolf 1. Okay, der eine kann den noch heilen. Gib mir mal ein paar Mana Points. Nein, nicht Unterhausen Tanz. Oh, nein. Okay, machen wir mal ganz schnellen Angriff. Verarsch mich doch nicht. Oh. Tschüss. Okay, noch ein. Ziemlich weniger. Ja, genau. Hallo Jessica. Na? So, erstmal Heinz Schleim. Hallo Jessica. Ah, thick. Okay. Das ist okay. Jawoll. Kritischen Schaden. Der geht mir jetzt down. Das steht. Okay, der eine zieht Mana ab. Das ist schon mal geil zu wissen. Ich werde auch noch ein paar Monster wieder zu meinem Team hinzufügen. Aber ich habe keine Reserve. Ich hätte ja mal vielleicht ein zweites Team aufbauen können oder sowas. Müssen wir auch gucken. Ähm. Wir sollen ja Richtung Westen. Jetzt mal rauszoomen. Da oben ist eine Insel. Da unten ist eine Insel. Äh. Auf die westliche Insel sollen wir. Jetzt frage ich mich. Wenn ich jetzt erst andere ankundigen, werden die natürlich stärker. Äh. Ich gehe erstmal auf eine Insel. Und ne. Da gehe ich noch nicht lang. Aber wir können bestimmt auch irgendwo anlegen hier. Oh, hallo Seemonster. Oh. Oh nein. Ich habe mich nicht geheilt. Das mache ich falsch. Halt so. So. Mach mal so. Oh nein. Mir gar nicht. Wir machen so. Gibt halt Jessica dann eine Mitterheilung. Na, jetzt braucht es es auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall. Boah. Zweimal vergiftet dich. Bitteschön hier. Friss. Alter Schwede. Ich sollte, glaube ich, erst trainieren. Zauber. Alter Cengiz. Boah. Mega Schwächung. Ich versuche noch eine Runde gehen. Und Angelo. Kann auch nur Entgiftung machen auf Jessica. Okay, die sind schon mal eingeschlafen. Super. Alter Schwede. Tschüss. Na, jetzt machen wir so. Und machen wir so. Machen wir so. Und machen wir so. Wollen wir gleich alle mal heilen. Komm, was wolle. Bitteschön. Okay, der eine ist wach. Und tschüss, Piemanns. Geh zurück in dein Käfig. Ah, zack. 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 Und zack. Ja, die gehen einfach anscheinend. Naja. Ja gut, die waren eh vorher schon geschwächt. Das heißt, das war keine schlimme Idee, das zu machen. 380 Erfahrungpunkte. Why not? Gut, nur müssen wir mal schauen, wer was heilt. Ich heilte erstmal mich. Ich mache mal die Mittelheilung erstmal hiervon aus. Okay. Und der heilt sich selbst. Dann passt das wieder. So, mal gucken, dass wir da unten hin kommen zur Insel. Da will ich hin. Ich brauche nämlich ein Dorf neues. Da unten sind noch mehr Inseln. Und dann würde ich sagen, ich trainiere erstmal ein bisschen wieder vor. Dass wir auch was bekommen. Boah, eine Sirene. Machen wir erst mal die Händere kalt. Dann können wir nach und nach alles holen. Jessica, mach du mal bitte... ...auf die Seeengel. See. Seeengel, genau. Die sehen ja nur. Und mach du mal den Schlummerfall auf die Sirene. Noch schneller als vorher. Eingenickt. Okay. Konzentriert sich. Das will ich jetzt hoffen, dass ich das vermeiden kann im Schlummerfall. Nicht. Wow, wow, wow. Das gleiche jetzt nochmal. Nur, dass ich erst... Ne, ich mach jetzt erst eine. Hallo? Ich wollte erst eine machen, so. Äh, Jessica, geh nochmal auf die. Ne, warte mal. Oder? Mach mal geh da drauf. Und Angelo soll gleich den Schlummerfall auch drauf schießen. Alter, wie flinkt der noch? Okay, sie ist eingenickt. Schlägt noch tiefer, das ist super. Okay, die ist schon mal down. Das heißt, wir können jetzt... ...mal einen Schnellangriff auf den ersten machen. Ah, der ist bezauert von mir. Top. Okay. Dann geht der zweite jetzt auch knödelig. Okay. Ah, okay. Das ist super. Mach ich. Die sind auf jeden Fall auf See auch stark und geben... ...eine gute Erfahrungspunkte, muss man sagen. Was ist da denn für eine fette Morde? Händen sind noch kleine Inseln, die können wir auch noch besuchen. Das machen wir erst mal. Ich halte da wehren. Oh, ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Hallöchen. Äh. Wow. Fett. Auf jeden Fall ein Dörfchen. Irgendwie lässt sie... Oh, Rutschwandschubser. Äh. Dum, dum. Da, dum, dum. Und, ähm... Alter, was macht ihr da für eine Bewegung? Hallo? Könnt ihr das bitte unter sein lassen, vielleicht? Ähm. Und eher eventuell, ich sag mal, B. Wow, wow, wow. Die machen aber auch Fett Schaden. Ich glaube, hier werde ich auch trainieren. Noch tieferen Schlaf, okay. Hier werde ich mal Spaß haben. Hier werde ich definitiv mit Spaß haben. Äh, Zauber, Mittelheilung. Ja, muss ich auch mich selbst machen, klar. Cengiz kann einfach hier weiter angreifen. Dass sie nichts machen kann, kann die die einschläfern. Und ich kann als Zauber nochmal... Machen wir noch eine Mittelheilung auf sie. Okay, wir gehen definitiv drauf. Alter, Schwede. Kann ich fliehen? Heilige Mutter Marias. Jetzt kann ich natürlich nicht... Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, muss ich gucken, entweder komme ich hier durch oder nicht. Ja, ich will hier durch. Plinkplöing, 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 fertig. Lauf, lauf um dein Leben. Lauf, 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 lauf. Oh, wir haben es geschafft.